Hallo, mein Name ist Julian Busch von MPR Korea Certification. Möchten Sie Druckgeräte nach Südkorea exportieren? Dann benötigen Ihre Produkte möglicherweise eine KGS-Werkszulassung. KGS steht für Korea Gas Safety Corporation und bezieht sich auf die Behörde, die für das Genehmigungsverfahren zuständig ist. Nach dem Durchlaufen des Zertifizierungsprozesses wird die Werkszulassung vom Ministerium für Handel, Industrie und Energie erteilt. Die KGS-Werkszulassung erlaubt es Ihnen, bestimmte Druckgeräte zu exportieren. Wichtige Produktkategorien sind zum Beispiel Druckbehälter, Sicherheitsventile und Wärmetauscher. Der Bewerbungsprozess umfasst drei Schritte. Schritt 1 Bewerbung bei KGS und technische Prüfung der Dokumentation. Schritt 2 Ein mehrtägiges Fabrikaudit durch die koreanische Behörde. Und schließlich Schritt 3 Antrag auf Werkszulassung beim Ministerium auf der Grundlage des technischen Prüf- und Auditberichts. Sie können auswählen, für welche und für wie viele Produktkategorien eine Genehmigung beantragt werden soll. Die Zulassung kann auf internationalen Vorschriften wie ASME oder PED basieren, die auf der Zulassung dokumentiert sind. Die Werksregistrierung ist drei Jahre gültig. Für die Verlängerung sind Folgeaudits erforderlich. Je nach Produktkategorie sind eine Bauart Zulassung oder Einzel- oder Ventilprüfungen nötig, um die KC-Markierung auf dem Typenschild zu erhalten. Die Werksfreigabe ist immer der erste Schritt und Voraussetzung für Produktzulassungen. MPR unterstützt Sie gerne bei Ihren Projekten. Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne jederzeit zur Verfügung. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.